Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play White Noise 2, gemeinsam mit dem lieben Firefox und dem Jörn und mir, eurer stylischen Janka. Wir probieren jetzt diesmal, wie in der letzten Folge angekündigt, einfach mal alle drei Ermittler zu sein. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Die drei Fragezeichen. Ja, die haben wir wirklich immer im Kopf. Und mal gucken, ob wir einen zufällig, einen Computer-Alien, Computer-Alien wäre geil, jetzt mal ganz ehrlich, eine Computer-Klertur haben. Das werden wir jetzt sehen. Oh, das ist aber ein kleiner... Hey, der Björn haut schon wieder ab? Ja, wie geht's denn links? Ja, zusammenbleiben. Ich bin hinter Björn, aber. Ja. Ja, hast du nicht gemerkt, was? So. What the fuck? Schrei doch nicht! Schrei doch nicht! Das Monster sieht uns da. Ach, gar nichts. Das Computer-Monster weißt du sowieso, wo wir sind. Ja. Lass mich doch in meinem naiven Glauben, dass wir eine Chance haben. Wo müssen wir lang? Ähm, wir sind hier irgendwo richtig. Oh! Ich hab nicht Kompass gedrückt. Ja, jetzt nicht Bücher angucken. Hier, links, links lang. Links lang? Oh ja, ich hör was. Da ist das Kasselgeruch? Oh, die Taschendombe ist wirklich langsam und klein. Da ist es, ich hab's. Aber sehr effektiv, anscheinend. Ich hab eins. Wer kann... Äh, hier lang. Wo? Treppe hoch und geradeaus. Irgendwas ist hier. Ich seh' nix. Ich hör' auch was, aber... Macht mir doch keine Angst. Wo ist denn Janka? Hinter euch. Lauf nicht so schnell. Wir sind in falsche Richtung. Was? Falsche Richtung? Ja, wir müssen hier vorne rechts. Hier? Ach, da hinten. Hier oder da? Oh, diese Müllsäcke. Mich grad dieses Fliegen erschreckt hat. Oh mein... Janka! Was? Du kannst doch nicht einfallen bei den Scheinwerfern nicht in deinem Kopf auftauchen. Entschuldigung. Irgendwo im Nebenraum. Verdammt. Soll ich jetzt zum ersten Mal? Was ist denn das mit dem Telefon? Kann man da dran gehen? Nee, ich glaub das geht nicht. Ähm, ich bin zu weit von anderen Ermittlern entfernt. Ah, warte mal. Hier ist glaube ich was. Dann komm doch her. Wo bist du denn? Ich hab'n Sender gefunden. Ich hoffe, dass sie biologisch abbaubar sind. Hä? Was ist das für ein Achievement? Was hast du gemacht? Äh, kam gerade einfach. Okay, hier ist irgendwo das... Ja. Da rechts. Ich glaube, wir haben kein Monster, oder? Boah. Bestimmt. Wir stehen die Runde trotzdem fertig. Hab's. Damit wir mal sehen, wie das Ende aussieht. Ich mach mal kurz Sender. Und sag euch dann genau, wo das ist. Was siehst du mit dem Sender? Ähm, wo das nächste Tonband ist. Ah. Meinst du, wir haben kein Monster? Kann sein. Okay, wir müssen hier lang. Okay, dann sehen wir... Oh. Firefox hinterher. Ah. Firefox hinterher? Ich kenne den Weg. Firefox, dein Spielcharakter sah eben ein bisschen aus wie Hitler. Für einen Moment. Na, na, na. Er ist doch blond. Telefon. Blond und blauäugig, ja. Da hat man kein Telefon hier. Eben war da ein Telefon. Alter, diese Geräusche hier. Ich glaube, ich bin gegen den Tisch gerannt. Oh, wie der Firefox auch einen nicht hat, äh... Manu, die Männer sind immer schneller als ich. Das ist voll diskriminiert. Ah! Ah! Es ist da. Es ist da. Es ist da. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt... Ich habe mich so sicher gefühlt. Oh Mann. Halt bei mir. Oh Gott, ich bin mega erschrocken gerade. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Lass mich nicht allein. Haps. Sehr gut. Ich höre aber noch was. Wer kann das Radar machen? Ich kann. Äh, ja. Wir sind schon in der Nähe. Genau hier, wo wir sind. Ja. Was war das gerade? Das war ich. Oh! Hier ist eine Täuschung. Die Sacksau! Vorsicht. Der spielt besser als wir. Die Sacksau. Ja. Wir müssen da hinten lang. Irgendwie. Okay. Oh man, oh man, oh man, oh man. Werfen wir nochmal ein Stäbchen. Ja. Ein Ohrenstäbchen. Also ich hoffe, sie sind biologisch abbaubar, als wenn man die Stäbchen wirft. Ah. 100 Stäbchen musst du werfen, dann kriegst du das Achievement auch. Ich höre was. Ja. Das ist ein Motor. Entschuldigung. Okay. Wir müssen hier weiter lang. Wo? Hier. Ich will nicht hier letzte sein. Die letzten sterben immer. Oh, wo seid ihr? Hier. Alter. Alter. Das schreit aber auch wie ein Mädchen, das irgendwo reindritt. Ah, hier ist es. Nicht hingucken, nicht hingucken. Geht weg, geht weg. Geht weg. Nein. Wir müssen doch hingucken, damit die Taschenlampe draufleuchtet, oder nicht? Ja, genau. Deswegen muss, wahrscheinlich muss man hier irgendwo sein. Ich bin fast tot hier. Oh, hier ist eine Täuschung. Äh, ein Idol, mein ich. Wo ist denn hier was zum Heilen? Ich habe noch nichts gesehen. Aber... Sehr gut. Also hier muss man echt zusammenbleiben. Vor allem sich... Hier, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ich habe es, ich habe es. Es kommt viel zu nach an, das ist schon mal mein. Ich habe... Nein! Ja! Oh, mein Gott. Alter. Danke. Boah. Ich kann mich eben nicht bewegen. Oh, leck mich am Arsch. Oh, meine Taschenlampe ist fast leer. Ja, meine auch. Wir müssen geradeaus. Ja? Boah, ist das fies, ey. Das andere war Pipi, die anderen drei Folgen vorher. Ja, da haben wir ja auch gespielt. Wir müssen mir Stäbchen werfen. Ich werfe noch mein Stäbchen. Nicht zusammen. Oh, ich höre was hinter mir. Glaube ich. Macht mir keine Angst. Außer hier habe ich nur Blutflecken auf dem... Irgendwo ist es. Ja, hinter uns. Oh, mein Gott. Geh weg! Boah. Ist es noch da? Ich sehe es nicht mehr. Meine Taschenlampe ist gleich weg. Meine Taschenlampe ist auch durch. Heiße, ey. Macht keinen Quatsch. Wir haben keine Batterien mehr. Ich auch nicht. Ich kann auch mal ein Stäbchen werfen. Wenigstens mal ein bisschen was sehen hier. Aber ich habe ein Tonband. Oh ja, ich sehe es da hinten. Aber hier sind keine Batterien oder sowas. Boah. Ja, das ist ja eine lustige Folge, ne? Wir sind hier. Nein! Wo ist es? Björn! Okay, es hat mich, glaube ich. Oh nein. Komm nicht zu dir. Wo bist du hin? Ich glaube, das wird nichts. Ich habe es. Oder? Es ist noch da. Nein! Nee. Oh nein. Fuck. Fuck, ich habe keine Taschenlampe mehr. Okay. Ja, ja, alles gut. Wir müssen noch drei Bänder finden. Also irgendwie ist das hier im Hospital doch komplizierter. Boah! Boah! Nein! Boah! 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 Boah, bist du da hinten? Lass mich hier allein! Nein! Leuchte ihm! Ich sehe nicht. Oh! Ist es weg? Das dritte Mal von der Kreatur gefangen, kannst du nicht mehr entkommen. Sei vorsichtig. Boah! Boah! Ich brauche jetzt echt mal Batterien. Krass! Okay. Bleib mal bei mir. Ich bin hinter dir. Okay. Versuche euch gerade zu finden. Ich sehe einfach mal gar nichts mehr mit meiner Batterie. Telefon. Ich kann nur hoffen, dass das Stäbchen sich nochmal auflädt. Ist aufgeladen. Hier lang. Seht ich nicht mehr? Nicht? Ich lausche gerade. Ganz dolle. Ähm, wo seid ihr? Seht ihr mich? Nee, noch nicht. Äh. Boah! Ich höre was. Wo bist du? Ich bin hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Ah! Hier. Wenn ich jetzt nochmal angegriffen werde, bin ich weg. Hat mir der freundliche Text auf dem Bildschirm gesagt. Ich finde euch nicht. Soll ich mal rufen? Ja. Ähm. Nee. Kann ich nicht sehen. Also wir sind im Gebäude. Oh oh. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade sehr nurig an. Wo bist du denn? Jaka. Wo bist du denn? Ich höre dich, aber wo bist du? In den zweiten Gang erst reingegangen? Ah, da. Aber es ist gut zu wissen, dass man die Taschenlampe nicht ganz verliert. Also sie ist dann einfach nur sehr, sehr scheiße. Ja, das wäre ja richtig fies. Ich glaube, da kannst du auch nicht mehr groß was machen. Nee, ich glaube auch nicht. Also hier im Keller, wo ich gerade bin, sind ein Haufen Batterien und... Oh, ich habe was gehört, glaube ich. Ich auch. Das war eine Falle. Jetzt sehen? Ach, nicht ernsthaft. Scheiße. Das war eine Falle. Oh nee, oder? Das ist so gemein. Soll ich nochmal Kompass drücken? Ja. Okay, wir müssen da lang. Boah. Oh, ist das creepy. Bist du da? Ich bin hier. Wo bist du? Du bist da hinten weitergegangen. Oh Gott, ich sehe doch nichts mehr. Oh Gott, bist du so creepy, wenn du mitten im Dunkeln stehst plötzlich. Ich sehe außerdem fast alles nur noch schwarz-weiß, ne? Das krasse ist, wie der den Fokus auch verliert, wenn du... Wenn du vor mir läufst zum Beispiel, sehe ich den Korridor hinten dran nicht mehr. Ja, die Fokuseinstellungen sind richtig schlimm. Die sind richtig krass. Kann noch mal Kompass? Ich glaube, ich sehe euch. Geradeaus hier? Ihr wart ja wirklich auf der anderen Seite der Map. Oh, oh! Nein, nein, nein! Nein, nein, ich komme hier nicht vorbei. Ja, bist du erst nicht! Oh mein Gott! Haben wir es echt noch geschafft? Boah! Krasse Sache. Hallo. Hier, deswegen hat er uns gesehen. Macht das Ding kaputt! Jo, bin schon dabei. Ja, hat was kaputt. Ach, so siehst du auch. Oh, leck mich weg. Oh, leck? Wer ist denn, du leck? Wie wir hier aber auch nichts finden. Ich habe nicht eine Taschenlampenbatterie bisher gesehen oder so. Wir müssen in diese Richtung. Ja. Immer Björn hinterher. Er kann rennen, wir nicht. Ja, ist auch los. Ach ja, richtig. Guck mal, irgendwo was leuchten, siehst du Björn? Taschenlampenbatterie zum Beispiel. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Tonbandgerät. Und ich muss hier, glaube ich, erstmal ein Idol zerstören. Mach mal. Ach nee, das ist eine Falle. Ist eine Falle. Ach, super. Na wunderbar. Der macht das wenigstens schön schlau, ja? Okay. Hier. Und dann hier entlang. Oh, man wird auf YouTube echt gar nichts sehen von diesem Spiel. Also bei mir schon. Bei dem jetzt mit dieser Taschenlampe nicht mehr. Bei mir sieht man was Blutflecken. Blutflecken. Blutflecken und schwarz. Mit ein bisschen hell. Aber ich muss mal echt sagen... Möchtest du die Batterie nehmen? Nimm du. Ich hab noch ein bisschen. Ich muss aber echt sagen, das Spiel hat was. Ja. Es ist jetzt... Auf jeden Fall. Es ist definitiv anders, als das, was ich bei DVD gesehen habe. Gespielt hab ich's ja nicht. Ja, da in die Richtung. Es hat seinen Reiz. Es ist definitiv. Ähm, hier ist ein Idol. Ich mach das mal kurz kaputt. Sehr schön. Ich habe immer erwähnt, dass du tot viel nützlicher bist. Dankeschön. Jeder wie er kann, ne? Ja, ich wäre tot auch viel nützlicher. Oh. Oh. Du ist ja nisch. Boah, wie ich jedes Mal erschrecke. Ich glaub, irgendwas... Ja, ich hör was. Oh, oh. Bei euch? Bei mir? Nein! Was? Du kannst nicht sehen. Boah. Es hat mich leider verschlungen. Nein. Mit seinem Großmaul. Ich bin jetzt nicht... Nein. Nein, du bist nicht allein. Sag mal, Björn, wie hast du uns denn nicht gefunden? Du kommst doch direkt neben uns raus, oder nicht? Äh, nee. Ich bin irgendwie... Oder ich fahre einfach zu nubig. Warte, das ist eine Falle, glaub ich. Ich weiß wieder nicht, was G ist, ehrlich gesagt. Ja, Falle. Toll. Also hier entlang. Na super, das überlebe ich doch nicht. G ist rufen. Auch rufen. Hier ist es, glaub ich, irgendwo, oder? Nee, das war ich gerade. Ach so. Ich kann nicht schnell laufen, ne? Denkt dran, ihr könnt auch diese Lichtblitze setzen. Hm. Aber wir können das Monster nicht sehen. Deswegen, du musst uns dann unterweisen. Das ist meine Höchstgeschwindigkeit, die ich gerade laufe, ja? Also... Ja, alter Mann, ist ja kein Gehzug. Ich könnte ja sagen, ich gucke hinter dich. Aber ich sehe ja leider nichts, wo ich da nicht. Äh, wieso zeigt der jetzt nach da? Ach toll. Bald jemand, äh... Radar hat, dann einmal einsetzen, weil... Ja. Bin ich gerade. Und? Da, jetzt links rum. Okay. Ist ja alle vor mir laufen, ist schön. Okay. Ich höre was. Ah, das ist eine Falle. Na, super. Ey. Diese Fallen setzt. Machst du sie kaputt? Jo. Dann mach ich nochmal... Nee, kommt noch kein Kompass. Idol. Setz den Kompass nochmal ein. Hinter uns. Nee, jetzt doch nicht, hä? Ja, super. Es geht da hinter uns und dann wieder nach vorne. Was war das denn komisches? Das finde ich aber auch merkwürdig. Also hat er es hier rüber gezeigt. Will Firefox nicht alleine lassen? Nee, nee. Mami. Wir müssen mal gucken hier vorne. Mami. Was entdecken? Aber wie schön hell das Spiel ist, ne? Ja, voll super jetzt. Äh, äh, äh. Hier ist auf jeden Fall was. Ah, hier ist ein Idol. Ich mach das mal kaputt. Oh, diese Geräusche. Ich finde auch diese Geräusche voll gruselig, wenn man das Idol kaputt macht. Ja. Ich höre hier ein Tonband. Ich geh mal schauen, ob es wirklich eins ist. Hier ist ein Tonband. Okay. Hier bei mir. Siehst du mich? Jo. Nee. Hier müssen wir rein. Hier? Genau. Hier vorne. Und hier ist noch eine Batterie. Oh, die Batterie ist gut. Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, und aufgeladen. Sehr schön. Wo ist das Tonband? Hier. Oh, hier sind noch mehr Batterien. Hier steht auch noch was an der Ecke vorne. Hier steht ja alles voll. Ja, hier sind hauptweise Batterien. Ich bräuchte jetzt Heilung oder so. Guck mal, hier vorne ist noch was. Sieht die Heilung anders aus? Ja. Ja, die sieht anders aus. Achso. Dann sind das leider alles Batterien. Wir müssen da lang. Oh. Was schlimm ist, ich muss ja noch die Totems kaputt machen. Ja, ja. So weit sind wir noch nicht, ne? Ja, noch nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht. Ihr müsst fast lang gehen? Nee. So grob. Warte. Ich kann noch mal Kompass machen. Ja, mach mal Kompass. Okay, jetzt geradeaus hier durch die Wand. Geh noch mal spähen. Telefon. Nein, kein Telefon. Oh, wie hell der, der, der scheinbar jetzt ist. Wie sieht denn so mediciert aus? Wie ne Tasche. Wie ne Tasche, okay. Jetzt seh ich immer nur Batterien rumstehen. Das ist auch so Mäuse-Maken. Ich glaub, die werden einfach so gestreut. Wir müssen doch weiter in die Richtung. Halt! Ah! Das ist da! Werde ich jetzt nicht? Nimm's nicht! Nein! Nein! Athlet hab ich gekriegt. Aha. Ich auch. Ich dachte, du bist direkt zwischen uns. Nee, ihr standet vor mir. Das war... Oh, jetzt bin ich mal... Alter, Alter. Wir haben erst eine Runde gespielt, oder? Ja. Die war so lang. Die Zeit ist rum. Aber war schön, war schön. Aber er zeigt das Monster nicht an. Richtig. Ja, das ist doch. Das ist ja voll gecheatert, ne? Das ist so geil. Oh, ich bin tot. Und dann ist Björn weg. Ich hab' euch nicht gefunden. Wo du rumeierst? Guck mal, du bist direkt neben uns gestartet. Du läufst einfach in die falsche Richtung. Da ist er da. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich lebe noch, oder? Bin ich auch schon tot? Nee, doch lebst du. So gut, ey. Jetzt bist du tot. Ja. Oh, ich hab' Dings. Ermittler. Kurt, klassisch. Sehr schön. Neun, oder was? Ja, einen ganz neuen. Schade, ich leider nicht. Da war's rum. Oh, das war echt die lustigste Runde, muss ich sagen. Aber das machen wir nochmal, oder? Ja, natürlich. Oh, das hat voll Spaß gemacht. Alter, der sieht doch richtig gut aus. Der sieht ja, also. Oh, was hast du für ein Lämpchen in deiner Hand? Das ist das Taschenlampenlämpchen. Das ist doch so ein Lämpchen, wie mein Großvater früher hatte, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen. Mit einer neuen Volt-Block-Batterie. Mit dem roten und dem grünen Vorsatz, ne? Richtig, genau. Mit diesen, genau. Mit den Scheiben, mit den Vorsatzscheiben. Ah, herrlich. Die, die man nicht sehen konnte auf der Distanz. Na gut, Leutchen. Danke, tschüss. Und freut mich schon mal auf die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.